guten tag leute hier spricht wieder euer peter gehen und weiter geht es in der bundesliga so spielen wir mal gegen jetzt werden spannende spieler beide die unten in der abstiegskampfkämpfe ja wir werden nürnberg und gladbach spielen unter mittel heute könnte man großen schritt machen um hier ein bisschen oben in der abstimmen abstiegs gegen da mal will raus zu kriegen sozusagen das ist um in den abschern den abschern der unteren tabell uns nach oben bis zu arbeiten das hat man heute gegen nürnberg der tabell letzter ist wer hat das wäre gut wenn man gegen die nürnberger heute ein dreier machen dann könnte das wäre wichtig in der zurzeit zurzeit in der jetzigen situation leute in der jetzigen situation wäre es halt richtig gut ein dreier in nürnberg zu gehen gegen nürnberg uns zu holen schöner dreier zu holen um an nürnberg dran zu lassen nürnberg hinter uns land das wäre natürlich unser ziel gegen nürnberger gegen nürnberger es hinzukriegen das wäre natürlich unser ziel die nürnberger weiter in den kreiseln nach unten zu bringen und uns nach oben wir wissen es wird ein harter und langer steiler weg nach oben zu kommen leute mit der mannschaft die man möglichkeit haben wir haben die möglichkeit die mannschaft die mannschaft wir haben dies mann die mannschaft kann können testen haben wir haben keine schlechte spieler leute die können groß aufbauen leute die könne es schaffen große aufzustreben und die mann wir müssen es nur nur den spieler sie müssen es nur zu zeigen leute mit nur zeigen das ist der vorder sie müssen es nur zeigen leute was sie können leute das heißt die haben das ist der vorderstelle das war nicht ganz so optimal idee war gut nur hat er nur kommt hat er sich und dann machen wir hinten unsere fehler leute machen wir hinten den bockfehler vorne habe viel Der Headmaster Keller lief ein bisschen nicht so gut, lief nicht so, wie er sollte, Leute, und dann haben wir es in der Defensive nicht geschafft, haben wir es in der Defensive nicht hingekriegt. Okay, wir machen jetzt zu. Zu viel Leichtdienstfehler gerade, haben wir es gerade gemacht. Aber man, Keller kriegt es noch nicht, die Abstimmung im Angriff und Sturm funktioniert so nicht so hundertprozentig noch, die Abstimmung im Sturm und mit Keller funktioniert. Oh, Alter, fast, aber wenn der durchkommt, wäre der Baller. Alter, was ist denn heute los mit Nürnberg, Alter, jung, Alter, Nürnberg macht's weh, Alter, zwei Schoße und zwei Schoße, und die machen zwei Tore. Die machen zwei Schoße, Alter, wir machen das Spiel so, das bauen gut, und die machen zwei. Das haben wir alle. Wir machen okay, das ist gut. Das wünscht man jetzt ganz, das policymakers Lettercolv. Jetzt geht das malvergaben. Jetzt müssen wir aber mal ein bisschen auftreten für Leute, alter Schwede. Wir müssen zeigen, wer hier um den Abschluss geht, oder brauchen wir die Gegend auch immer. Oder brauchen wir die Gegentore, Leute? Oder brauchen wir die Gegentore, um die Mannschaft reinzukommen ins Spiel, Leute? So steht nun wieder keiner, wie immer. Oder brauchen wir wirklich die Gegentore, die Mannschaft, um sich zu finden, die Mannschaft. Alter, was ist denn heute los, Leute? Alter, was geht denn heute wieder gegen Nürnberg? Alter, was ist denn heute wieder los, Alter? Was ist heute mit Nürnberg? Alter, was ist heute mit unserem Team los, Alter? Alter, was ist heute mit Nürnberg? Alter, was ist heute mit Nürnberg? Alter, aber man muss es nicht verstehen, warum es wieder heute so ein Spiel wird. Warum es gegen Nürnberg wieder so im Spiel wird, Alter? Alter. Oh, Alter, der Versuch war es wieder wert, aber warum? Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Ah, das ist unser Leichtingsfehler, was wir haben, Leute! Ah, da kommt man auch nicht durch. Ah, die machen gut die Mitte zu, Leute! Die machen gut die Mitte zu, Leute! Die machen gut die Mitte zu, Leute! Alarm, das Ding ist wieder, man, wir tragen dran. Und es kommt eine Dung, das ist Pech wieder, die zweite, wieder so eine zweite Achse, wo man nicht durchkommt. Oh, das hätte auch Vorteil, man hätte auch Vorteil geben können, Leute. Ah, hätte auch Vorteil gehen können, Leute. Gut, gut. Uwe. Oh, wie sorry ist das? Was ist der? Was ist denn das für ein Spiel heute? Ah nein, das ist so... Das ist irgendwie so... Kleinigkeiten... So Kleinigkeiten, wie da Fehler in der... Wo man wieder Kleinigkeiten haben, Mann. Alle müssen... Drei Tore heute in der zweiten Hälfte schienen. Drei Tore... Wenn wir hier nicht gewinnen, Leute... Das wäre eine Katastrophe. Wenn wir nicht hier gewinnen, Leute... Das wäre eine Katastrophe. Dann muss man so hart sagen... Wenn wir das Spiel nicht gewinnen heute... Wenn wir das Spiel nicht gewinnen heute... Die... Wenn wir das Spiel nicht gewinnen heute, Leute... Alles... Alle... Jungs... In den Tabellen letzten... Geil... Dann... Gegen den Tabellen letzten... N... Gegen den Tabellen letzten... Es nicht hinkriegen, Leute... Oh... Oh, Alter... Das wäre... Das wäre so... Heftig... Wenn man... Gegen den Tabellen letzten... Es nicht hinkriegen... Würden... In Tabellen letzten... Leute... Nicht ihn... Aber... Es ist drauf... Wie ist das... Was ist das... Ich... Hä... Jetzt... Alter, was wir hier Torschossen haben und die nicht immer nützen können, Leute. Junge, wir müssen die Nütze einfach nicht, Leute. Jetzt haben wir es mal wieder genützt, Leute. Alter, das ist so... Mann, Umeh. Aber das spielt nicht Gewinn gegen Nürnberg. Alter. Da brauchen wir diese Saison mehr genügt, Merkur. Ah, vielleicht kommen wir ab, 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 äh, ab, Eckball, Leute. Ja, boah, Allah. Boah, ruhig, Leute. Also, ein Tor fehlt uns noch ein, zumindest hier noch ein Tor müssen wir noch... Ja, warum passt denn das? Ah, wir hätten weiter, wir müssen, wir hätten weiter durchlaufen müssen, Leute. Weil, wenn Keller, Keller wäre frei in der Mitte gewesen, aber man muss, hätten halt freie Raumkarten müssen, wir hätten Freiraum machen müssen, Leute. Boah, Pech, Alter, paar Millimeter. Boah, geht schon, oh Mann. Ah, schade, die Idee war gut, Alter, wenn er da gewesen wäre, besser gestanden. Boah, Pech. Boah, auf. Boah, einacer. A primo. Vielen Dank. Ruhig bleibe. Einmal Vorteil. Bitte, bitte, bitte. Ah, schau. Freistöße sind nicht unser Ding, Leute. So, Leute, jetzt müssen wir eins machen. Jetzt gehen wir noch mal Ding. Jetzt machen wir mal vorne noch mal schnelle Spieler vorne. Jetzt tun wir noch ein schnelles Spieler nach vorne. Oh, mir Vorteil. Bitte, lass mir voran. Jetzt kommt noch Motel und noch ein bisschen Schnelligkeit ins Spiel bringen könnte. Oh, ah. Boah, Junge, das ist wieder so. Oh, nicht durch. Oh, Mann. Oh, Leute, es wird wieder so. Boah, ich wollte nach oben passen, aber oh, Mann. Oh, Mann. Aber warum zu fest, Alter, er war zu fest, Alter, oh Gott, der Ball war zu fest geschossen, Leute, ein ganz leichtes Team angetippt hätte er nur müssen. Oh, nein. Junge, es kann's dir nicht vorstellen. Alter, das kann's dir echt nicht vorstellen, Alter, dieses Spiel, Alter, das kann's dir echt nicht beziehtrauen, Alter. Alter, das Spiel kannst du echt nicht angucken. Das kann's dir echt nicht vorstellen, Alter, das kann's dir echt nicht vorstellen, Alter. Kann's dir echt nicht vorstellen, Alter. Wie du das Spiel verlieren können gegen den Tabellenletzten, Leute. Alter, kannst du echt, Alter, das kannst du echt nicht vorstellen, Alter, Junge. Alter, so Pech, Alter, das kannst du echt nicht vorstellen, Alter. ohh, Junge, das ist, Alter. gewesen, Leute. Gegen dem Tabellennetz, Alter, ver...verspie...verlierer, ich war... Junge, das kannst du ja nicht, Junge, das ist einfach nicht hingegangen, nach dem Sieg gegen Mainz, ist nicht diese Euphorie gegen Nürnberg 8 gehalten. Das ist heftig, Leute. Eigentlich muss man das sagen, das muss man eigentlich sagen. Genau, das war das, was ich nicht verstehen konnte, Leute, die Mannschaft. Wo man es nicht verstehen konnte, Leute. Wo man es einfach nicht verstehen konnte. Es konnte man einfach nicht verstehen. Wieso das passierte? Oh ja, super, Leute. Ja, wir haben was... Ich war, Mann, das ist zur Zeit halt nervig. Und wir haben halt die Gelder zur Zeit mitgenommen. Und es läuft einfach nicht nach oben verziehen, Leute. Es läuft einfach nicht, Leute. Ja, und das ist halt... und gegen Freiburg wird es jetzt auch kein einfaches Spiel, Leute. Gegen Freiburg wird es ja auch nicht einfach... und das wird halt auch wieder so ein Spiel, wo wir denken haben. Junge... Alles ist einfach eine schwere Bürde, was wir haben, Leute. Okay. Okay, was... Oh, ihr... Oh, gern. Island. Finnland. Und Rumän. Aber eins, Leute. Wow, jetzt hämmer das eigentlich, Leute. Die Mannschaft eigentlich, wo man gern spielen würde. Eine der Optionen, die ich... Nationaltrainer werden wollte. Das wäre... Für das deutsche Team. Oder... Falls... Island. Island wäre auch noch so ein Team, wo man es machen könnte. Wo ich ehrlich gesagt, Lust hätte, Nationaltrainer wieder von Island zu werden. Irgendwie hätte ich so... Du hämmer so Bock. Und ehrlich gesagt, wer... Nationaltrainerin von Island zu sein, wer Traum hat. Und dann würde ich sagen, wir machen es einfach. Wir werden einfach... Machen. Und werden Nationaltrainer von Island, oder? Alles... Weil das wären die Teams eigentlich, wo man sagt, eben... Okay, da könnten wir es machen. Aber, Leute. Ich würde sagen, gegen Freiburg, die ach noch nicht so gut sind, Leute. Spielen ach weit unten. Aber, Leute. Gegen Gladbach werden wir erst beim nächsten Mal spielen. Somit sagt für heute, euer Peter Gaming. Tschüss. Bis dann. Und... Bis dann. Bis dann. Bis dann.